Mal, wenn wir Zeit haben auf die Ergebnisse, wie steht es da in den ersten Dritteln? Pulli bei. Pick im Tor, auch nicht dabei. Pulli bei den Eisbären, Weber auf Morley, drüber, quer Passung, der Treffer für Regensburg. Morley auf Ole Liss, der hämmert die Scheibe in die Maschen. Und Regensburg geht hier. Da schleicht er sich davon, der Ole Liss, kommt frei zum One-Timer. Und das schlägt zum ersten Mal ein. Ja, Morley, das kann er auflegen, da ist er bisher sehr, sehr gut. Abschluss, da hapert es noch ein bisschen. Da hat er noch Pech am Schläger, aber der Pass war seine. Erste Anspiel bei den Eisbären, Morley sucht Liss, kommt aber nicht durch die Beine von Weiß hindurch. Schlechtes Anspiel, Niederberger, erobert die Scheibe gegen Trevino. Lauri keinen zur Stelle. Die Überzahl gegen Regensburg getroffen hat. Regensburg hat da vorhin Unterzahl jetzt Angerer, ah nein, Giesel wird gut gestört. Giesel versucht da den Torhüter von hinten anzuschießen, aber der passt auch auf Gegenzug. Hier nochmal die Möglichkeit von Giesel, zieht gut rüber, aber Bittner kommt rauf an Morley. Die Scheibe immer noch heiß, noch 25 Sekunden Meter mit dem Abschluss. Scheibe liegt frei. Trevino drüber, da stellt sich die Scheibe auf. Und er hat kaum Möglichkeiten für den Einschuss zu. Bulli bei den Gästner, tief gespielt um die Rundung. Die Gäste jetzt mit der Möglichkeit, verzögert, Abschluss aufs Eck und der ist im Tor. Aber es gibt noch den Wienbeweis. Also, die Regensburger Fans können noch hoffen, auch die Krefelder müssen hoffen, es wird die Torsituation von vorher überbrieft. Dann schauen wir uns nochmal das 1 zu 1 an. Stark verzögert. Von Steven Rabe und der passt ganz genau in den Winkel. Geht da über den Pfosten, auf den anderen Pfosten, wir sehen es. Mit Sicherheit gut von der Hintertorperspektive. Golley! Bittner! Was für ein Sein! Ja, zwei gute Chancen jetzt hier am Stück. Guter Schuss. Noch bessere Parade. Sehen wir hier noch eine Verlängerung. Oder passiert noch was? Wohlige Winn. Weber zieht ab am Kasten, vorbei, unter. Die Scheibe ist im Tor! Regensburg! Mit Glück jetzt Scheibe Bräuter. Ohn Wüttel von der Bandi zurück. Genau am Bittnersrüppel. Flösten sieht die Scheibe und netzt ein zum 2 zu 1 für Regensburg. Die Zeit ist vorüber, die Eis beim Regensburg ist die Lage, der Schussreiter aus Krippel. Was? 30 Uhr! lefon, llamä어부� Jo vitamin B.